Vor knapp drei Monaten hat Christina Henni, 34, ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Im Netz spricht der Let's Dance Star jetzt schonungslos offen über ihren After-Baby-Body. Durch die Geburt ihres kleinen Mädchens wurde nicht nur der gesamte Alltag der 34-Jährigen und ihres Mannes Luca, 29, auf den Kopf gestellt, auch ihr Körper hat sich in dieser Zeit verändert. In einer Instagram-Fragerunde fiel ein Fan sofort mit der Tür ins Haus und formulierte die ziemlich anscharmante Frage, wie viel die RTL-Bekanntheit während der Schwangerschaft zugelegt habe und wie viel sie denn aktuell wiege. Christinas ehrliche Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ich habe so ungefähr 17 Kilo zugenommen und circa acht davon erst runter. Ihre Figur ändere sich derzeit von Tag zu Tag, auch wegen des Stillens ihrer Tochter. Allerdings stagniere dabei das Gewicht, wie sie niedergeschlagen zugab. Bei mir läuft es nicht so easy und braucht Zeit, stellte die gebürtige Russin gegenüber ihrer Community etwas niedergeschlagen klar. Weiter betonte Henni, ich mache mir keinen Druck. Ich möchte einfach wieder gesund und fit sein und besonders wichtig ist mir, keine Diät zu machen. Das Stillen ihres Babys habe für sie klare Priorität vor einer Bikini-Figur. Auch auf Erkundigungen in Bezug auf ihre weitere Familienplanung ging die beliebte Profitänzerin ein. Viele Fans hakten nämlich bei der Wahl Schweizerin nach, ob sie und Luca bereits an Baby Nummer zwei arbeiten würden. Die Frage stellen wir uns noch gar nicht und ich möchte auch erst mal wieder zu mir selbst finden. Bevor ich mir selbst die Frage stelle, machte die Ehefrau des früheren Gewinners von Deutschland sucht den Superstar deutlich. Christina und Luca Henni lernten sich 2020 im Rahmen von Let's Dance kennen. Kurz nach ihrem dritten Platz machten sie ihre Liebe offiziell. Drei Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Im Juni machte die Geburt ihrer Tochter das Glück perfekt. Ob die Sportlerin nach ihrer Babypause in der nächsten Staffel der RTL-Tanzshow wieder mit dabei sein wird, ist noch unklar. Sowohl Profis als auch Promis werden vom Kölner Privatsender traditionell erst wenige Wochen vor Showstart bekannt gegeben.